Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem dritten Info-Video heute. Ja, ihr werdet ja schon recht zugespampt mit Info-Videos vom Minecraft-Tutor, eigentlich von mir. Aber ich muss mich erstmal bei einem User von YouTube bedanken, und zwar dem Umut-Selo, also dafür, dass er mich darauf hingewiesen hat, dass jetzt auch die Minecraft-Beta 1.8.1 raus ist, die alle Bugs und Fehler behebt, wie Notch vor 8 Stunden auf Twitter bekannt gegeben hat. Genau, aber ich weiß nicht, ob es vor 8 Stunden schon draußen war, ich glaube nicht, weil vor 8 Stunden habe ich erst die 1.8 geupdatet. Ja, und zwar habe ich da, weil das Video sonst zu kurz wäre, im Info-Video zur 1.8 noch ein paar Sachen vergesst, beziehungsweise nicht genannt, weil das Video sonst zu lang gewesen wäre. Und zwar habe ich hier die Seite meinstar.de-blog.html, den Link stelle ich euch nochmal in die Beschreibung rein, und hier seht ihr alle Neuerungen, die die 1.8 hat, ja genau, also unter anderem auch beispielsweise Melonen worden hinzugefügt oder halt Hunger, wie auch immer, was ich euch ja schon gesagt habe, dann riesige Pilze, dann randomly generated houses, genau, könnt ihr euch mal ansehen, Fische, hm, hübsch dann. Wunderbar ist das ja. Was, Heroin, ach ne, Heroprine, was ist das denn? Gibt's gar nicht, na, das ist ja lustig. Egal, ihr werdet euch hier schon zurechtfinden, ich stelle euch den Link rein, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.